hallo freunde herzlich willkommen zurück bei hemi herzlich willkommen zurück bei projektsomboid und bei steve ja der opa ist immer noch krank aber ich hoffe dass nase riech hochziehen zwischendurch und auch vielleicht mal niesen macht euch nicht ganz so fertig wenn müsst ihr sagen dann muss ich dann muss ich das alles ein bisschen verschieben bis ich wieder richtig fit bin aber ich würde gerne weiterspielen und ich möchte das auch gerne mit euch teilen die erfahrung also wie gesagt deswegen nimmt der opa auf außerdem kann er nicht mehr schlafen und ist morgens 4 uhr 45 und mitteleuropäische zeit wir haben den 13 freitag der 13 ich hoffe ihr seid nicht aber glücklich so jetzt gucken wir mal die verdreckten dinge machen wir ab hier und dann machen wir mal stoffwetzen gute idee da wären wir ja so gar nicht drauf gekommen alleine wo ich glaube ich muss noch die brille wechseln oder ohne brille desto älter ich werde desto weniger nutzt die lesebrille der opa kriegt alters kurzsichtigkeit das heißt ich gelese ohne brille lese ich so gut wie früher mit oder aber doch immer wir machen gar kein desinfizierter da sind alles alte wunden da haben wir schon ein paar mal drüber geleckt das ist alles super das haben wir alle schon super desinfiziert eigentlich mehr oder weniger so ja wir uns hier eingeschlossen letztes mal gestern im bad und also da mit den daumen das war natürlich ein witz ich freue mich über jeden daumen ich kriege ihn kann kein problem das war ja wieder das war ja wieder ein ding der opa wieder hatte ja ein ein aus dem ding ist rausgekloppt hier weil der philipp dann macht ihr kein kopf philipp alles gut alles gut ja wie ich sagen ach so genau was haben wir ja hier schmerzen bisschen etwas unglücklich und etwas gelangweilt dann macht doch mal hier die stoffhitzen sauber wenn du gelangweilt bist ja ja also wir haben diese ich habe ja wie sie gesagt in einer anderen karte irgendwie angefangen wobei das stimmt ja gar nicht das ist ja dieselbe karte nur an einer anderen stelle und habe ich ja gesehen auf der map jetzt und ich habe ja dieses dieses haus da gefunden dieses große mit den türen und mit den paar fenstern und das ist dieses riesige lager und da würde ich mich ja gerne niederlassen wenn ich ehrlich bin dann müsste ich gut die zoll müsste jetzt reingekommen sind natürlich weg klatschen aber da sind so viele kartons da kann man sie bestimmt super stapeln und ja da kann man super als basis machen ist so groß da kann man regel fußball spielen sogar ja und was soll ich euch sagen da brauchen natürlich war so was wir jetzt brauchen wird der opa jetzt brauchen jetzt sind wir ihnen haben wir nacht kann das sein dass wir nacht haben ich habe immer noch keine uhr ist hier licht an mach mal ja hier war licht dann auch deshalb ja was wir brauchen sind dosen öffner ja dosen haben wir genug ich nehme jetzt mal mit weil wir haben aber ja wie jede menge platz ich nehme die mal mit und ich brauche nägel und ich brauche dosen öffnen wenn ich die nägel gefunden habe dann ist es ja leicht hier an mit schraubenzieher an bretter zu kommen und dann hoffe ich dass ich das wieder finde dann möchte ich nämlich dahin zurückgehen und schon mal anfangen die türen und die fenster zu zu nageln weil wir haben ja dieses rolltor und dieses rolltor da kann ich ja rein und wenn ich drin bin kann ich ja verschließen das heißt also ich bin da drin auf jeden fall wenn die türen und die fenster zu genagelt sind sie bin ich da schon recht sicher nur ich muss dann halt durchs rolltor raus das ist natürlich ein bisschen doof weil ja weil das eine riesen tür ist da können rechts und links ganz schnell rein flitzen ja so was ist denn jetzt hier was ist denn hier ich weiß gar nicht jetzt ist so dunkel aus draußen da wollte ich nicht raus nee nee das war nur so eine idee aber das schlechte hier ist bestimmt tausend mal besser aber das scheint nacht zu sein freunde der nacht freunde der leichten muse wir sind nicht müde oder was kann man nicht hier einfach irgendwo soll doch mal da rein ob es dann das ist ja viel besser und hier liegt noch der alte gesichtgürtel gürtel so viel versuchen zu schlafen zu zu starke schmerzen moment da habe ich was für sie wissen nicht was dieser was dieser freundliche let's player empfiehlt wir empfehlen togal früher war das mal eine werbung in den 70er 80er wir empfehlen togal schmerzen weg damit geringfügige schmerzen das ist okay damit kann man aber schlafen kommen ja natürlich wie schlafen ist nach nacht so wie ich das gesehen habe ich nicht zugemacht ja ich will wirklich schlafen und los mein herr der will nicht schlafen der schläft nicht noch dann kann man die tür ja jetzt willst du wirklich schlafen ja ich will wirklich schlafen ach guck mal oh nein oh nein oh nein oh nein das ist nicht gut dass ich da höre das ist überhaupt nicht gut was ich da höre hause weg hause weg hause weg hause weg und den auch hau ihn um 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 hau ihn Nein, alle! Ah, habt ihr das gehört, ey? Ach, komm schon! Glehr mal. Kannst du die mal tot treten? Danke. Ah, nein, ey. Nein, 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 nein. Ah. Naja, ja, ja. Ja, komm, mach desinfizieren. Ah, das kostet eigentlich Zeit. Das ist eigentlich keine gute Idee. Und Stoffhitzen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Gebissen. Ne, ohne desinfizieren. Wir wollen hier nicht ausbluten. das wollen wir nicht die machen wir weg haben aber gleich neue drum sehr geringe verletzung ja genau so sehe ich da doch war ja nichts ist ja nur ein kratzer was stellt sich denn so an hier mein lieber ich habe gedacht jetzt wäre schluss ja 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 ich habe echt gedacht jetzt wäre schluss junge 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 immer noch hier eine neue drum und dann müssen wir einmal putzi putzi machen wir müssen eigentlich hier sein oder mal die dache ich weiß noch nicht warum okay dann halt drei so ja schmerzen genau klappen jetzt ich muss unbedingt dings haben hier ich muss hier dings haben da mal schnell frische jungen 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 hier ist nur dosen essen drin hier haut immer ein paar tomaten rein wo wir jetzt rausgehen damit du wenigstens gegessen hast jesus maria ja da war auch keine gardine da war nichts hat sagt denn hier die ist keiner mehr okay und wir gehen raus davon ist auf das fenster kaputt da wollen wir nicht auf gar keinen fall wollen wir dahin ich brauche ja genau ein baum kletter ruhig drüber da muss man sich mal vorstellen da ist eine große wiese da steht mitten drauf ein baum und was hat hier der dingens wie heißt er hier der steve hat nichts besseres zu tun als über diesen einen baum zu klettern ach komm schon mal diesen hier ich glaube hier war einer drinnen ich glaube wir haben aber schon mal geguckt oder ich komme rein da liegt einer der ist aber tot da steht am fenster da sind wir gar nicht so ja vollgedrechte bandage sind wir hier frei von allem ja dann lass uns das mal weg machen nicht dass sie das riechen das blut und wir uns wieder in irgendwelchen großen schwierigkeiten befinden das kennen wir doch schon alle und da du ja sowieso dem flaschenwasser dann kannst du die jetzt auch direkt reinigen da brauchen wir gar nicht warten bis wir an den kran kommen ach guck hier da das ist ja nicht viel und in ihr was hat oder rein so wie ich das will verdammt pack so dann schauen wir mal hier ein bisschen um die ecke naja guck da bloß nicht rein nein nein guck da bloß nicht richtig rein was ist denn das hier wieso kann ich denn hier nicht reinglotzen ich gehe mal in die hocke man weiß ja nie was um solchen häuserecken so rumsteht aha aha das sieht doch nur ganz gut aus so das sieht ja wirklich ganz gut aus komm ich hier rein ja so stell dich hin und geh gucken hier der fernseer leuchtet ist schon mal ach die türen sind zu das sollten wir vielleicht auch so entlassen man konnte da auch nicht reingucken wahrscheinlich extra nicht obwohl die ja nicht kaputt waren die fenster ne aber so hürtel hose die hose macht minus na toll den hürtel den replacen wir mal die socken replacen wir auch mal aber das haben wir schon mal ne äh lakenseile herstellen ja das mache ich mal mit den hosen und dann das aber hier ein sleep shirt da tauschen wir mal mit dem was wir haben genau ich weiß nicht ob es warm ist schwer beladen wie jetzt wovon denn wo ist ja vielleicht einer hier da fallen lassen fallen lassen fallen lassen fallen lassen wieso hat er denn das ganze zeug hier drin und ich im rucksack da bist du ja auch nicht so genau ne ja zack 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 das hier so das kommt auch rüber der stiltopf kommt natürlich auch rüber so ja die jeans haben wir noch die schuhe haben wir noch das t-shirt müssen wir noch ändern und der ist ja der ist noch relativ fit so jetzt gucken wir mal hier guck mal da liegt doch einer drauf nehmen die doch mal einfach mit äh ja zeitschrift super koch zeitschrift ja das nehmen wir kochen ist gut frisch frisch tomaten nehmen was haben wir denn hier muss das direkt rein tofu ne das hatten wir ja schon mal das thema ne wir essen nicht unserem essen das essen weg solche dinge tun wir nicht kerze kerze tasse super tasse stift schade du bist schon einen anderen hätte ich genommen aber nicht den und wieder kein dosenöffner das ist ja wohl herz allerliebst hier so jetzt muss ich mal eben gucken äh verschmutzt blutig ach das habe ich aber an das sollte ich vielleicht anlassen die tomaten hier bitteschön ja mache ich jetzt die türen auf ach ich lese erstmal die zeitschrift was kann ich denn dann wenn ich das gelesen habe brotteig ja lecker brotteig das wäre super wäre ja eine donauwelle lieber gewesen aber naja so jetzt kommt das die türen aufmachen oder nicht was haben wir denn hier kopfkissen kopfkissen geben machen gar nichts das ist ja super dann gehen wir mal hier rein dann mach mal zu mach mal zu zumachen zuziehen schon gar nicht mal so gut so hier ist leer das ist sehr schön eine karte super karte ist doch super da beschäftigen wir uns später mit was haben wir hier boah das verdreckt ich muss ins bad ne muss ich gar nicht hier ist ja die küche die hat hier auch ein waschbecken ich muss nicht unbedingt ins bad aber direkt hier am fenster ja genau ach was soll's wir machen das schon wir müssen uns unbedingt reinhalten und wir müssen uns unbedingt mal waschen hier am waschbecken auf jeden fall so jawohl und da sie band da sie wir haben gesehen den lakenseil habe ich schon mal mitgenommen ihr wisst wofür ne ich weiß nicht ob zwei reichen ich werde mal noch eins machen mein gut entschuldigt ach nee mach hier stoff jetzt da musst du die anderen nachher sauber machen jawohl und den auch noch sehr geringe verletzungen bei vier so verletzungen würde ich das ja eigentlich anders sehen aber naja mein gott ne so das haben wir haben jetzt bleiben wir mal hier in den waschbecken waschen und ich muss mir meine nase putzen noch einen blick so da bin ich wieder so dann müssen wir die stoff fetzen reinigen vier mal reinigen alle vier der bolia so 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 und dann machen wir die wasserflasche voll genau die kommen wieder hier rein für das nächste mal so die die müssen wir so befüllen wasserflasche sehr schön ja jetzt werde ich hier mal aufmachen oder obwohl ich da weder Nägel noch sonst was finden kann aber eins ist Bad und eins ist Schlafzimmer ja 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 guck mal da ist gar nichts drin mach mal zu zu ziehen danke voll gerne hier ist noch immer so ein Schränkchen drin hier ist gar nichts was ist denn das für ein Badezimmer Leute was ist denn das für ein Badezimmer oh hier ist ein Bett oder was ne kann man hier noch erste Hilfe Wachzeitschrift für Angler hatten wir noch nicht hatten wir auch noch nicht es hat jetzt Sonnenaufgang das rote Licht umhänge ich gehe mal einen Meter an der Seite kann ich mal weggehen nein ich bin sehr vorsichtig geworden mal Türen anbelangt fahre mal an nur kurz ich will nur mal einen Blick werfen danke hier ist nichts los in dem Haus Gott sei Dank kann man nur sagen hier sind noch mal Scharenkel Saxophon wir könnten ein bisschen Saxophon spielen das ist bestimmt super mein Gott ey wieder nichts kein T-Shirt kein gar nichts und das ist das hier das ist das hier mach doch mal an immer alles ne ja das war hier nichts dann mach wieder aus so dann gehen wir wieder raus erstmal machen wir aus dann gehen wir wieder raus was haben wir denn hier Hunger haben wir jetzt auf einmal ja ich hab Tomaten Gott sei Dank sonst hab ich auch nichts essen das sind nur Dosen du könntest eine Handhold Antidepressiva essen dann ist es bestimmt auch lecker da weißt du was schmeckt so immer noch keine Nägel kein gar nichts aber das Haus war sauber Gott sei Dank und das ist schon wieder Nacht echt jetzt das war ja ernst hier war dann noch irgendwas hier war dann noch irgendwo eine Garage oder sowas da aber das ist schon wieder ein anderes Haus hier ist ein Zaun sehr schön sehr schön ein Zaun zum Abhauen so haben wir hier noch Häusers da läuft einer okay und dann müssen wir hier gucken in solchen Häusern war ich da auch schon mal da erinnere ich mich doch ganz ganz dingens da steht einer drin da ist er und das in so einem kleinen Haus das ist jetzt nicht unbedingt eine große Tanzfläche wo man sagen kann komm hier den Tänzen war aus und haben wir hier boah lass mich da reingucken mein Gott ey ich glaube da ist nichts drin oh ich glaube glauben heißt nicht wissen oh 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 hab ich gesehen oh 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 fünf sind deutlich zu viele ach ich kann da nicht richtig reingucken mach auf mach doch auf na toll na toll sind noch ein Fenster ich hör doch was ich hab doch gewusst dass da einer ist ich hab doch was gehört und das wird ja mitten in der Nacht hab ich schon was ist denn hier los nicht zumachen durchklettern Freund der kommt doch überhaupt nicht der war schon müde der ist schon sitzen geblieben okay wieder zumachen Fenster schließen ja bitte Fenster schließen ja bitte ach komm Junge nicht ausholen warte denn auf dem Tisch oder was warte mal ein Fenster zu wir brauchen immer noch Hosen und so ein Zeug ach Gott guckt euch das da an da draußen oh die hier rüberkommen dann habe ich große Probleme nur Socken ja toll ein Baseballschläger ein neuer den nehmen wir mal mit für in die Reserve drücken wir hier rein obwohl das glaube ich gar nicht nötig ist aber man weiß ja nie wenn ich da so eine Basis hab warum nicht aber das war das ist kein T-Shirt keine Hosen echt die Leute haben gar nichts was ist hier haben Sie mindestens was zu essen ungekocht Mayonnaise Mayonnaise mit nix lecker ihr wisst was schmeckt Bratpfanne Käse Nudeln ich weiß nicht ob man die so essen kann oder ob man die kochen muss ich nehme sie mal mit und das war schon wieder ne Dosenöffner wofür das wird total überbewertet Dosenöffner rechte schnell abhauen immer hin und wieder weg sofort das ist alles hier mein Gott ich müsste mir schon wieder die Nase putzen hau mit mal eben da bin ich mehr ich hatte auch eine Muttaste wenn ich viel Mut habe dann habe ich auch immer eine Muttaste der war ganz schön scheiße der Witz aber Opa ist krank also bitte keine hohen Anspur hier jetzt hier guck mal nach der Garage da finde ich bestimmt Nägel und so ein Kram da gehe ich jetzt hin und in dem Haus finde ich vielleicht auch ein Dosenöffner lassen wir mal gucken hier ne die sind da geblieben die schlafen nachts und sind voll ignoranten ne was wo wo da oh mehr kacke Dreck da ist nicht so gut das ist ja nicht so gut ma ich wollte doch in die Gerade ja genau klettern über die Pflanze was ist das denn hier kommt sie drüber oh ma ich wollte doch in die Gerade wo sind sie ja ja vielleicht kommen wir ja doch noch in die Garage ach der klettert schon wieder durch den einen Baum der da steht ich habe da gar nicht schon angesehen man hat hier voll die Paranoia in dem Spiel super mal schleichen vielleicht können wir den ja entgehen hier einmal im Kreis laufen da ist er siehst du he 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 dann gehen wir hier rein einmal gucken einer da macht zu macht zu wir schließen so na dann mal gucken hier Nägel Nägel Fachzeitschrift für Metallbearbeitung und ein Sack ach wie geil Fassungsvermögen 15 ne und Nägel Benzinkanister Klebeband Benzinkanister der steht nicht leer der ist voll der ist voll ich hasse es nicht wie viel Gewicht hat der denn so hallo was ist satt denn was macht denn der was ist denn jetzt wieder passiert irgendjemand eine Ahnung was hier wieder passiert ist ich habe doch alles ausgezogen jetzt oder sehe ich das nicht richtig das sind die Sachen die ich ach da war alles alles was ich so hatte in der Hand ja natürlich ist ja auch klar ok 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 ich sehe schon worauf das hinaus hier da kommt der Benzinkanister rein bitteschön mach ihn da rein hör mal ist der zu schwer 5 jetzt aber habe ich schon wieder so was schweres eigentlich wollte ich doch Nägel und Bretter holen und nicht ein Benzinkanister ach komm hier nimm das Eiscreme mit und die Fachzeitschrift und die Fachzeitschrift und das hier alles alles hier rüber so und die Käsenudeln Klebeband Wasserflaschen Käsenudeln die Käsenudeln 12,3 so und dann und dann und dann und dann und dann nach was soll man jetzt machen jetzt lesen wir erstmal diese wunderbaren Fachzeitschriften dann können wir die wieder wegschmeißen wunderbar hier den kannst du auch noch lesen ist eh zu die Tür wunderbar vollkommen total in Sicherheit so dann schmeißen wir die weg aber kein Übergewicht mehr fallen lassen weil das ja so lange braucht zum fallen lassen ne und dann andere sagen komm hier so das war der Hammer der Hammer kommt rechts und die Axt kommt links so das haben wir schon mal das Eis essen wir jetzt wunderbar dann ist er auch weg und dann mit dem mit dem Kanister da muss ich mir einfach merken der ist einfach zu schwer da hilft ja alles nichts das hilft dir alles nichts ich muss ja noch die Nägel mitnehmen und so ein Zeug sag mal wieso packt der das nicht mehr da rein das hat ja denn für ein Problem mit mir hier packt er drüber damit wir wenigstens am Körper weil leicht genug sind so genau ja hier haben wir noch den Benzinkanister da müssen wir halten ne müssen wir halt so das haben wir hier ach der gehört hier noch dazu Anglerschnur ach wie geil die braucht man bestimmt wenn man irgendwann mal angeln will also nehmen wir die mal locker blockig mit und dann ist hier nichts ne gut stell dich wieder hin damit du schneller bist den Kompressor den gucken wir uns jetzt gar nicht an Tür auf ja mal gucken hier kleiner wunderbar die Gessen haben wir da ja hier guck mal hier rein einmal schnell auf die schnelle Mikrowelle natürlich ja nein vielleicht ja nein vielleicht guck mal wieder nicht rein natürlich nicht da ist bestimmt Dosenöffner drin hallo ist gut du kommst doch nicht rein ja ja hast du es bald nimm doch mal eine andere Tür eine andere Fenster wo hier ist nichts drin hier ist keiner drin ja siehste so einfach kann das sein und Alarmanlage nö na ja ja wo rennt du denn hin da muss man das Fenster wieder zumachen Junge echt ey Fenster zumachen zumachen das hast du schön gemacht so jetzt Dosenöffner zack zack das war ja einfach Gewürzgurken ja sicher warum wir nicht wir haben schon mal eine Zeit lang von Gewürzgurken gelebt schläfrig schmerzen schläfrig ja echt du noch für Probleme hast mein Freund Feuerzeug Gabellöffel guck dir das an keinen Dosenöffner es gibt hier keine Dosenöffner in diesem Spiel auf diesem Hardcore Level gibt es keine Dosenöffner habe ich das schon gelesen das hast du noch nicht gelesen ja dann nehme ich das nochmal mit so hier aufmachen weggehen keiner wunderbar aber ist auch kein Schränkchen und nichts drin hier natürlich nicht und hier Schlafzimmer ach ist sogar auf die Tür ja dann man muss ja gar keine Gedanken machen und leer natürlich why not raus ach da stehen die beiden schon wieder rum die Tünisse und die sind hier noch oh hier ist oh das war das Haus an der Ecke das sogenannte Eckhaus dann dann hop hop flott flott was kommt denn hier was ist denn das hier was ist denn das hier lassen wir uns erst gucken Wäscherei Wäscherei mit unnötigen Zombies und da Pizzeria oder sowas auf jeden Fall irgendein Restaurant ah da kommt einer hast du keinen Alarm gegeben warum nicht ah nein schleicht schleicht daher schleicht doch mal daher der Hase läuft schon wieder meine Güte Leute wie kann das denn sein guck mal wie doof die sind hier guck mal die Tünisse wie immer hin und her geh weg geh weg geh weg wir kennen uns kaum also bitte geh weg was willst du denn von mir ich würde ja mal über den Zaun springen aber man weiß ja nie ne oh ich würde ja mal über den Zaun springen jetzt stell dich mal hin da kann ich zumindest schneller laufen da war doch eine gerade oder nicht ich habe da eine gesehen wir gucken mal durch Fenster bestimmt lustig ein ein Zombies alles Jungs ah ne drei Zombies okay drei Zombies sind schon mal so eine Sache wo man sagt ja komm das ist so eine Sache das ist früh morgen diese Nebel kommen und ich glaube hier ist wieder diese große Hauptstraße da will ich nicht hin das ist das war nicht gut das hat mir nicht gefallen diese Riesenhauptstraße wenn ich ehrlich bin das hat mir überhaupt nicht gefallen hier ist ja nur ein Gartenzaun sondern ein kleines Gartenhäuschen ja ja geh weg okay okay hier ist eine Versammlung ich verstehe ich verstehe ich verstehe schon da sind drei vier ja aber kein mehr hat das hier los geh mal durch geh durch geh durch geh durch geh durch ah ja die kommen I have gesehen oh okay ich verstehe schon alles gut alles wird gut Freunde ach komm ey okay ich verstehe schon ja hier wollen wir auch noch nicht geh rein geh rein mach zu so keiner hat uns gesehen wunderbar jetzt gehen wir hier rein ich höre doch da irgendwas guck mal aus wenn ich hier rausgucken aber ich sehe da kein und sonst gibt es hier keine Fenster das ist ja immer praktisch ja so ihr Lieben schnell Verabschiedung die Nase läuft ich bleibe hier drin und dann gucke ich in der nächsten Folge erstmal meine Bandage und den ganzen Kram und ob ich endlich mal einen Flaschenöffner finde einen Dosenöffner finde und vielleicht mal ein paar Nägel ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis dann macht's gut euer Opa Helmi tschüss